Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Ja, und damit haben wir noch ein Netz bekommen zum Portal 2 mit dem Onkel. Ja, lösen! Ah, diese Dame ist so nett zu uns. Ja, schau doch hier, wir haben hier... Oh, genau. Gewicht. An den Kopf schmeißen. Wasser, durchfliegen. Oh, weh. 6 von 8 haben wir schon, okay, dann bist du ein Trusender. Na, strömen wir mal runter. Genau, also hier ist der bestimmt, nee. Oh, und so. Und dann? So, auf der anderen Seite. Wir brauchen heute so kurz. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube schon mal nicht. Alles klar, gut, okay. Äh, wo bin ich jetzt? Wow. Was war denn das eben? Okay, pass auf. Wo kam ich jetzt raus hier bei dir? Ja, blöd, ne? Um, beim Boden, rechts. Aber ach, guck mal. Das ist hier. Ach so, hier ist nur der Masse... Kommt der Masseblock hin. Okay, alles klar. Okay, ähm... Alles, okay. Du musst mir jetzt mal hier einen Eingang schießen. Und hier hinten den Ausgang, hier. Genau, so. Moment, ich komm gleich. Ich komme gleich. Wow. Oh, ich hätte hier auch noch was machen müssen, oder? Äh, nur den Ausgang, bitte kein Eingang. Ach so. Ach so, du musst direkt schießen in der Luft. Alter, Witzker. Wie, ich muss direkt schießen in der Luft? Ah, du fliegst ja durch? Nee. Warte mal, jetzt wenn du da... Na, du musst jetzt... Was... Was ist, wenn ich die... Was ist, wenn ich die jetzt da... Hier in den Ausgang, oder? Oh, ich bin stark. Ja, das bringt es aber... Das hat jetzt Null gebracht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm... Was? Müssen wir eine... Wo müssen wir eine hin? Wir müssen da oben hin. Richtig. Du heißt, du musst hier rausfliegen. Aber zuerst noch mal einen Würfel. Genau. Wo ist der Würfel? Wo ist der Würfel? Du bist der Würfel. Der Würfel ist da oben. Da oben. Wo? Da ist... Da oben. Da kommt er raus. Achso. Okay. So? Nee. Doch. Nee. Kann das vielleicht sein, dass... Wenn du fliegen tust, also quasi wenn du rein... Okay, das ist gerade glückschnifflig. Hm. Wie ist denn das, wenn ich, äh... Ausgang ist aber auch gleich gleichzeitig Eingang, ne? Also das ist einfach nur ein Durchgang. Stopp, warte mal, warte mal. Wenn du jetzt hier hinten... Jetzt hier aufmach, so. Dann kommst du da hinten gar nicht hoch. Du musst von dort aus dir dort einen Ausgang hinschießen. Warte mal, ähm... Genau. Äh... Pass auf, pass auf. Komm mit dir rum, bitte. Schieß mir doch mal bitte hier einen Eingang hin. Und hier oben einen Ausgang. Genau. Moment. Ah. Okay. Jetzt. Oh, du bist so clever. Blue, du bist so toll. Ich sag's doch. Von wegen... Von wegen du. So. Moment. Uah. Ui. 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 Okay. Und jetzt kannst du den Würfel hüllen. Ach Gott, ist das krass. So, der Würfel ist... Oh, Dick, pass auf, der kommt mit hergeflogen. Sehr gut. Boom. So, bitteschön. Äh, vielen Dank. Blue, das war wieder super, Team. So, ja, aber das heißt nur lange nicht, dass wir fertig sind, denn... Jetzt machst du das gleiche wie ich auf der anderen Seite und kommst durchgeflogen. Okay. Ja, ich darf auch. Wow. Wie. Wie. Super. Hahaha. Geil. Aber finde ich schön, dass es so schöne Sachen jedem machen lassen. Haben's echt gut gemacht. Wow. So, lass mal Knöpfchen drücken. Ist mir das Wichtigste. Was passiert jetzt? Sehr gut. Warte mal. Meine Frage ist jetzt, wo soll der Würfel hin? Da kommt ja kaum bis dahin. Da kommt ja gar nicht hin, ne? Da drüben? Achso. Hier geht's einfach mal. Okay. 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 Okay, das heißt... Die Würfel kannst du aber auch nicht fangen, ne? Die Würfel kann ich nicht fangen, weil das Ding im Weg steht. Wie können wir das jetzt verhindern, dass der da rüber fliegt? Alles läuft wunderbar. Heils, Maul. Halt's, Maul. Glaubst du jetzt auch irgendwie wieder hier rüber? Ne. Ach doch, du musst selber bloß mit dem Eislauch auf den nächsten Schaden. Höchstens probier mal was. Du versuchst mal den Knopf zu drücken und ich versuch mal auf diesen Trampolin zu springen und gleichzeitig diesen Block dann zu holen. Was geht, weiß ich nicht. Okay, pass auf. Ich drück jetzt. Oh, mir passiert gar nichts. Wow! Sehr gut. Kommst wieder zurück. Ah, ne, bist du wieder drüben. Jetzt bist du da in der Endlussschleife. Yay! Okay. Schön, ähm... So, liebe Freunde, damit verabschieden wir uns für das Spiel. Das Projekt ist durch. Oh Mann, mach doch mal was. Danke. Oh, Batsch. Okay. Okay, das ist cool. Was ist denn da drüben überhaupt? Ich könnte weggehen. Was da unten ist... Das ist jetzt dieses komische Zieldinger, aber da kannst du dich ja nicht anschließen. Vielleicht könnte man auch mit einem gezielten Schuss... Wenn ich jetzt mich da drüben... Oder wenn du dich da drüben... Keine Ahnung. Ach, so durchfliegen und dann, äh... Und dann oben den Würfel schnau. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass du da jetzt die ganze Zeit hin und her geflochen bist. Ja, stimmt, du. Ah, ja genau. In der Luft holst du ihn dann, weil er fliegt ja in diese Richtung. Okay, machen wir mal. Zup! Hier ein bisschen früher. Wow, okay. Boah. Okay. Warte, wir müssen mal gucken, wann wir das am besten teilen. Na jetzt. Ne. Jetzt. Na jetzt. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Yes. Warum machst du es jetzt zu? Ich hätte dich doch drüben ablegen müssen. Ach so, na klar. Kann ich ja auch noch machen. So. Sauber. Boah. Boah. Boah, das war ein gutes Level, ey. Glückwunsch zum Abschluss des letzten Tests. Danke. Aber etwas beunruhigt mich. Kann man ohne tödliche Konsequenzen überhaupt noch von Wissenschaft sprechen? Hahaha. Na gut. Siehst du, wollen wir zurecht verwalten. Boah, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Was für Geschwindigkeit hatten wir jetzt? Das ist ja krass, ey. Na, mach mal auf, wenn dann alles zusammenkommt. Ach du heutige Meier. Boah. Ja, du kannst, glaube ich, schon mal ein paar Parts kosten. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue, du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Hahaha. Hahaha. Du, ja nicht. Hahaha. Okay. Dann haben wir hier wieder Schallraum, was passiert. Au. Hahaha. Okay, also ich denk mal. Wir warten mal ganz kurz. Wir müssen es gleichzeitig machen. Warum? Weil wir gleichzeitig da, äh... Ach so. Ja, okay. Dann muss ich da hin und da hin. Halt da hoch. Okay, ähm... Drei. Wollen los. Ich kann das mit diesen Countdowns nicht. Ne, ich mach einen Countdown, oder? Okay. Sauber. Bin. Auch. Das ist was zu einfach. Dann haben wir wieder einen Laser. Hier ist ein... Aua. Hahaha. Guck mal, ich glaub du musst ihn da rein machen gewesen. Muss bestimmt hier. Ach ne, guck mal da. Und da rüber. So. Aua. Ja, warum stehst du nicht auf der Plattform jetzt? Ja, so. Ah! Oh, bin ich jetzt erschrocken. Hahaha. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Hahaha. Hahaha. Das könnt ihr euch auf jeden Fall grad mal ein paar Onkel angucken. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Okay. Warte mal. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Oh, da, da. Okay, warte mal. Was haben wir denn noch? Musst du da überhaupt stehen bleiben? Was? Ja, das ist ja sonst das Ding, ne? Ja, siehst du nicht. Probier's aus. Warte mal, ich lass jetzt noch mal die Dinger auf. Hahaha. Hast du Angst, ja? Ja, sieh schon. Irgendwie funktioniert das bei mir mit der Auswahlgeschichte. Das. Ich muss auf jeden Fall bei dir bei einer anderen. Nein. Nein. Geht nicht. Ach, der Würfelhörl. Scheiße. Ich geh nicht, ich muss noch mal raus, ich geh zu nahe. Nee, der Würfelhörl ist ganz okay. Okay. Achtung, ich bin noch weg. was machst du? was machst du? warum machst du nix? okay stopp ist... ach so! warte mal... ach so, ach so, warte mal du willst jetzt hier rein, dann wirst du hier rüber geschleudert warte mal, dann mach ich mir das mal hier, diesen... da Ausgang da Eingang, jetzt machst du dir deine, deine... ist denn da drüben, ne, hier ist ja der Eingang, wo ist der Ausgang, wo geht es denn aber hin? wird denn da rüber geschleudert, ach ich werde nach oben geschleudert müsste man probieren, ach doch, ich geh mal rein und du guckst mal, wie war, wo du bist zu schnell, wo bist du jetzt hin? jetzt drauf das geht nicht, zum Beispiel, man denkt doch mal an mich, mann! warum? du bist ja nur Blue oh man, und los geht's wow, okay... und jetzt, wo bist du? ähm, ich mach dir meinen Ausgang hier ja, super aber ich bin jetzt hinter den Zermalmung, aha mhm du bist aber ein lahm Arsch man, ich will nicht kapieren, was du von mir willst okay, ich glaub, ich glaub, dass du bestimmt hier auch, äh, Dings machen musst ich hab den Eingang gemacht ach so, hast du schon wovor denke ich schon ja, und wo geht's hier der Ausgang? ich kann ja keinen Ausgang setzen ah, schmeiß doch den Block zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen also jetzt hab ich hier natürlich keinen Eingang und keinen Ausgang mehr ach so, ich kann einfach durchlaufen, okay das wüsste ich nicht äh, hier ist aber auch noch so ein hier oben ist aber auch noch so ein Schalter hm ah, klasse das schaffst du nicht das, oh Alter wow nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht so okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum finalen Abschluss aber wir haben jetzt schon 18 Minuten, ich würd sagen wir machen so Cut na klar äh, vielen Dank fürs Einschalten es war Bombe wieder, also ich hab oh Mann, ich muss lachen, ey geil äh, schaut gerne beim Ongel vorbei da seht ihr auch, wie wollen wir auch einen ganz anderen Blickwinkel ja, noch mehr, aber genau, danke, danke und wir sehen uns, viel Spaß noch, ciao Tschüss